Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 in der Dia de los Muertes Herausforderung. Ja, in der letzten Folge war leider das Bild ein wenig dunkel, dafür muss ich mich entschuldigen. Ich habe es leider erst viel zu spät gesehen, deswegen schauen wir uns jetzt auch gerade den Schaukasten nochmal an. So sieht er aus, enthält den ersten Zucker-Toten-Kopf und ja, acht weitere gilt es zu sammeln. Äh, jetzt müssen wir gerade mal schauen, wie es unseren Leutchen hier geht. Er muss in vier Stunden zur Arbeit, geht erstmal duschen, hat er sein Buch fertig geschrieben. Er hat auf jeden Fall seine Tagesaufgabe nur zu 25% ausgeführt. Äh, der Kollege ist ausgeschlafen. Der darf dann auch mal ein Ründchen duschen gehen. Und anschließend natürlich auch was essen. So. Ein Gericht nehmen. Was macht er? Nicht spielen, du Nudel. Schreiben sollst du. Weiter schreiben. So. Ähm. Ja, du musst gleich was essen. Bei dir ist alles okay, du hast noch elf Stunden bis zur Arbeit. Tagesaufgabe. Witz schreiben oder Musik üben. Dann hat es sich erstmal ausgespielt, meine Liebe, dann darfst du nämlich ein wenig Klavier üben. Äh. So. Sie muss in vier Stunden zur Arbeit. Ist da überall im grünen Bereich. Das ist gut. Jana Lee. Ist auch überall im grünen Bereich. Darf sich aber jetzt mal an der... Halt. Da wollte ich nicht hin. Sie hat jetzt die Gourmet-Fähigkeit erreicht. Da darf sie dann mal ein Gericht kochen. Nebenbei müssen wir natürlich hier das im Auge behalten. Oder irgendwelche von unseren Nachbarn rumlaufen. Mit einem weiß geschminkten Gesicht. Die hätten da nämlich so einen Zuckerschädel. In einer Stunde muss sie in der Schule sein. Das darf sie auch gerne. Wie sieht es denn bei der Niki aus? Alles im grünen Bereich. Bestens beim Gunnar ebenfalls. Und beim Tommy. Da darf er noch gerade mal ein bisschen unter die Dusche. Dass er auch fit für die Schule ist. Und da nicht vor sich hin stinkt. Was hat seine Tagesaufgabe? Witzschreiben oder Musik üben? Zehn Stunden bis zur Arbeit. Dann wirst du anschließend mal ein wenig üben. Der Alex hat ein... Gitarre ist er nämlich auch schon bei Level 5. Bist du fertig mit kochen? Ja, das reicht jetzt natürlich nicht mehr. Ja, du musst zur Schule, meine Liebe. Und er hat noch 53 Minuten. Hat seine Tagesaufgabe abgeschlossen. Und das Buch ebenfalls. Perfekt. Das kann er dann gleich mal in den Verlag verkaufen. Das gibt er nämlich ordentlich Geld. Und das schadet bekanntlich nie. Sie hat noch zwei Stunden bis zur Arbeit. Dann kann sie mal ein Gourmetmenü zubereiten. Zum Beispiel Lachs in der Kräuterkruste. Was ist mit unserer Nachbarschaft? Keine weißen Gesichter? Schade aber auch. Wer bist du? Wer bist du? Du nicht, aber... Du hast noch ein bisschen Zeit bis zur Arbeit, ne? Ne, nicht wirklich. Ähm... Neun Stunden. Du darfst dich ihr vorstellen. Hallo? Hallo? Bleib doch mal stehen. Bleibst du wohl stehen? Hallo? So. Freundlich vorstellen. Tagesaufgabe hast du abgeschlossen. Genau. Dann kannst du dich nämlich hier vorstellen. Das wird den zweiten Zuckerschädel kriegen. So, und wenn ich das richtig sehe, ist die Bildqualität immer noch top. Das ist natürlich hervorragend. Ist schon etwas spooky, wie die Guten hier aussehen. Oh, aha. Aha. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Oh, Niki hat bald Geburtstag. Dann steht ja bald Party an. Jana muss einen Vortrag vor der gesamten Klasse halten. Sie hat ein paar tolle Ideen, wie sie ihre Präsentation aufpeppen kann, auch wenn sie dann etwas anders ist, als Lehrer es verlangt hat. Soll sie aus sich herausgehen und ihre Präsentation aufregend gestalten oder einfach tun, was der Lehrer verlangt hat? Alles geben natürlich. Ihre Präsentation haut die anderen Schüler von den Socken. Sie erhält die beste Note von allen und der Lehrer schlägt sie für den Titel Student des Jahrtausends vor. Alle Achtung. Halt. Du bleibst hier. Äh. Niki ist sehr nervös. Tief durchatmen natürlich. Goblinouche. Haha, Jibbs. Oh, Jekla. Haha. Anne-Marie sollte sich ihr gutes altes Notizbuch schnappen und zum Labor gehen. Ich schicke es mal allein los. Haben wir jetzt einen Zuckerschädel gekriegt? Ja, wir haben ihn gekriegt. Hervorragend. Das ist perfekt. Den können wir dann nämlich gleich mal. Äh. Da seht ihr, was der gute... Ich und Namen, der gute Brick alles schon veröffentlicht hat. Nachtlicht, Folge, Fiktion. Und das, die mit den hohen Werten, das sind natürlich alles, die wir an den Verlag gegeben haben. Ähm. So. Da einmal Zuckerschädel. Passt. Yeah. Nr. 2. Anne-Marie ist zur Arbeit. Die begleiten wir das nächste Mal. Wann musst du eigentlich? Sieben Stunden. Das ist ja gut. Ah, dann kannst du aber jetzt noch schlafen gehen nochmal. Dass du nachher ausgeschlafen bist. So. Was macht unser Alex? Wo ist er hin? Ähm. Ach, er will mit Sophie plaudern. Mit seiner Frau. Ah, da muss man natürlich erst mal vorher einen fahren lassen. Was auch sonst. Tja, gut. Mein Lieber, sie schläft jetzt. Ähm. Was macht deine Tagesaufgabe? Du hast noch nicht begonnen. Hallo? Das geht ja mal gar nicht. Kannst du die Gitarre etwa nicht nehmen, weil sie mal wieder falsch weggestellt wurde. Das machen die irgendwie mit Vorliebe. Dass sie die Sachen dann so hinstellen, dass man nicht drankommt. Was man noch ja nicht üben muss. Das sind übrigens Gemälde der Kinder. Das hat Diana Lee ziemlich am Anfang mal gemalt. Das ebenfalls. Und das war das sogar noch von der Anne Marie, wo sie Kind war. So, er übt. Er hat noch sechs Stunden bis zur Arbeit. Ähm. Sie pennt. Alle anderen sind zur Arbeit. Das kann ich aber gerade mal gucken wegen der Niki. Okay, die wird dann bald älter. Sie ist eine kleine Spinnerin. Ich bin ja mal gespannt, wie sie als Teenie aussieht. Äh. Ja, dann. Darf aber die Frau Mama erstmal einen Tag Urlaub nehmen. Entertainerin ist sie, genau. Dass sie auch, ähm. Und der Herr Papa darf dann auch einen Tag Urlaub nehmen. Wenn die Tochter schon einen Geburtstag hat. Sophie selber ist, ähm. Noch eine junge Erwachsene. Wird aber dann jetzt auch bald erwachsen. Ähm. Ja. Die zwei haben früh angefangen mit Kinderkriegen. Also sie hat als junge Erwachsene schon drei. Zwei Teenies und ein Kind dann. Die kamen auch recht kurz hintereinander. Ja. Den Garten kann ich auch nochmal zeigen. Dort haben sie einen schönen Pool. Den habe ich dort hingebaut. Eine Terrasse. Da ist unser Hochzeitsbogen. Da haben auch schon mehrere Hochzeiten stattgefunden. Ähm. Ja. Grillplatz. Der war original dabei. Wie gesagt, was ich beim Haus drauf gebaut habe, ist die zweite. Die zweite Etage. So. Und ich habe es nach hinten ein bisschen verlängert. Wie sieht es denn mit dir aus? Ja. Wenn die Kittis aus der Schule sind, darfst du mal Kaffee, äh, Kuchen machen. Äh. Tagesaufgabe zu 75% erledigt. Die restlichen 25% kriegen wir auch noch hin. Jetzt können wir es aber eigentlich mal beschleunigen. So, abgeschlossen. Dann darfst du jetzt einen Tag Urlaub nehmen, mein Lieber. Und könnte es nochmal hier ein Ründchen trainieren. Sie freut sich, träumt wohl was Schönes. So, Spaß und Soziales, alles im grünen Bereich. Bei ihr sieht es auch nicht schlecht aus. Dann kann sie aber eigentlich schon mal aufräumen. Das räumen wir mal weg. Drei übrig, eins übrig. Dann kann sie das mal essen. Dass sie dann auch satt ist. Und anschließend. Gönne mal eine Geburtstagstorte, einen Schokokuchen backen. Ähm. Wo willst denn du mit dem Teller hin? Anscheinend hat Gunnar Probleme in Mathematik. Er kommt nicht über eine Eins hinaus. Und Niki hat ebenfalls Probleme in Mathematik. Sie kommt. Tommy hat hart gearbeitet und ist jetzt Einser-Grundschüler. Und Jana hat hart gearbeitet und ist jetzt auch Einser. Du brauchst Energie, also darfst du mal schlafen gehen. Du hast dir schon was zu essen geholt. Und so, meine liebe Sophie. So, meine liebe Sophie. Verdorbenes Essen aussitieren. Na, das kannst du gerade mal machen. Und danach darfst du, danach darfst du dann spielen. Ähm. Ja, genau. Du kannst da mal ein gesellschaftliches Ereignis planen. Bispedrobel, eine Geburtstagsparty. Ähm. So, Niki. Einladen, natürlich. Äh, die ist gerade auf der Arbeit. Ihren Papa natürlich. Haben wir hier noch ein paar Kiddies. Ne, die sind alle älter. So. Und feiern tun wir natürlich daheim. Äh, nein. Wo ist denn die Schoko-Torte, meine Liebe? Die brauchen wir ja auf jeden Fall, ne? Ah, komm ruhig vorbei. Hauptziel, Kerzen ausblasen. So. Da kann man mal ein Getränk zubereiten. Hier, sag mal, Sophie, was soll denn der Quatsch? Wirst du jetzt hier wohl den Kuchen backen? Das darfst du auch gerne trinken, mein lieber Alex. Kann doch nicht so schwer sein. Ach, da hat sie angefangen. Ach, da hat sie angefangen. Ach je. Was eine Nudel. Du darfst das dann aufräumen. Brick hat heute 328 Simulions mit nach Hause gebracht. Außerdem hat er tolle Arbeit geleistet. Das ist sehr schön. Aber du bist jetzt todmüde. Du darfst mal schlafen gehen. Ja, schön wegräumen, bitte. So, so. So, so. So, so. So, dann darfst du da jetzt noch die Geburtstagskerzen hinzufügen. Dann darfst du das noch fertig essen. Anschließend gehst du bitte mal auf den Topf. So. Er kann mal ein wenig mit ihr hier quatschen. Brick, was hast du eigentlich... Du sollst schlafen gehen, nicht so verstanden? Hm. So. Sie darf sich auch schon mal ein Glas Wasser nehmen. Oh. 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 So, so. So, so. Simt gleichzeitig verspielt sein lassen. Oh. Oh. Oh, die muss auch mal. Dann ist natürlich jetzt Wassertrink nicht gerade die beste aller Optionen. Dann kannst du aber anschließend das verwenden. Du mein Lieber warst das hier bitte noch weg. Dann darfst du hier mit Aini spielen. Du darfst auch mit Aini spielen. So, sie kann da mal die Kerzen ausblasen. Auf dass sie ein Teenie wird. Ähm. Wieso warst du jetzt nicht auf... Auf dem Klo? Auf dem Klo. Niki Lee wird ein Teenager. Ähm. Wähle ein Bestreben. Sollen wir sie mal herrlich reich machen? Oder große glückliche Familie? Hat sie dann von ihrer Mutti? Machen wir das mal. Dann ist sie automatisch häuslich. Ähm. Dum 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 dum. Mag keine Kinder. Das wäre natürlich jetzt die ideale Kombination. Ähm. Und sie ist romantisch. Und ich kann ihr gerade mal gratulieren. So meine Liebe, du darfst aber mal aufs Klo gehen. Anschließend wollen wir noch... Äh. Machen wir mal Aussehen ändern. Ne, 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 mein Lieber. Du gehst nicht dort. Du gehst dann, wenn bitte, hier oben. Ah. Ja. Ich hab dich gerade aufs Klo geschickt, mein Lieber. So. Was genau an Aussehen ändern, hast du nicht verstanden. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Oh, Gunnar wird auch bald ein Jahr älter. So. Ein kleiner Nadebildschirm. So. Alltagskleidung. Ich bin ja eher so der Fan für... Von... Ich mag's ja eher, wenn die was längere Haare haben. Hoppla. Wobei die Frisur sieht auch ganz nett aus. Hat was freches. Äh. Muss jetzt nicht sein. Das ist eher feierlich. Hm. So sieht's aber auch ganz niedlich aus. Ähm. Nein. Nicht wirklich. Ja, oder das. Das steht ja, glaube ich, auch ganz gut, würde ich sagen. Doch, nehmen wir die Frisur, glaube ich. Hm. Hm. Sieht natürlich auch ganz nett aus. Steht ja, glaube ich, sogar noch besser. Äh. Die war das. Doch, ich glaube, bei der Frisur bleiben wir mal. Das ist... Abendkleidung. Haha. Mützen wollen wir keine. Da, Abendkleidung kann's aber ruhig... Ohrringe tragen. Make-up. Ja, das ist jetzt natürlich so ein Thema. Wo ich als Mann natürlich jetzt auch nicht so die Erfahrung hab. Von daher seht's mir bitte nach, wenn es... Wenn dann... Unfugball rauskommt. Äh, das können wir so lassen, glaube ich. Das Kleid. Passt eigentlich ganz gut zu ihrer Haarfarbe auch. Äh. Sportkleidung. Na ja, nicht gerade. Hm. Was gibt's denn da noch? Das ist doch eigentlich ganz nett. Ähm. Ähm. Gibt's doch mit Rot. Ja, machen wir das. Ja, die ist ja okay. Partykleidung. Ja, können wir auch lassen. Passt ebenfalls. Passt ebenfalls. Und ich denke, das können wir auch anlassen. So. Ich hab ge... Äh. Dup, dup, dup. Jo, lass mal so. So. Und dann sag ich jetzt auch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, die Grafik war diesmal tatsächlich besser. Im Vorschaubild von OBS sah es sehr gut aus. Und dann würde ich einfach sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.